Beim Anblick unseres neuen Studios hat selbst IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Wolfgang Krüger direkt Lust loszumoderieren. Denn die Industrie- und Handelskammer Cottbus wollte es sich nicht nehmen lassen, persönlich vorbeizuschauen. Die besten Gäste kommen natürlich nicht mit leeren Händen, doch statt Brot und Salz zum Einzug gab es für uns heute einen vollen Präsentkorb mit regionalen Produkten. Dazu noch eine Ehrenurkunde zum 30-jährigen Bestehen von Lausitz TV. Das gesamte Team sagt Danke und freut sich auf eine weitere gute Zusammenarbeit in den kommenden Jahren.